Hallo, ich stehe hier am Alounpark, was eigentlich Alounpark sein sollte, heute mit Johannes Lichty. Ja, okay, ich habe mich heute jetzt hier mit Martin getroffen, weil wir wollen euch ein bisschen was erzählen über das Thema Alounpark. Hier gibt es ja einen Kandidaten, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, sieht so, na gut, ein bisschen unrasiert, aber jedenfalls hat er die richtige Botschaft, Alounpark erweitern. Und ja, wir wollen euch erklären, wie das gekommen ist. Soll ich mal anfangen, Martin? Kommst du mit oder wie geht das? Ja, also vielleicht kann hier die Kamera mal ja einen Schwenk machen darunter. Da sieht man irgendwie, da ist jetzt erstmal die Bäume abgehackt, was ich schon mal ziemlich schlecht finde. Also bis im Herbst, Winter waren hier noch alles mit Bäumen. Das hat die SIB, der Eigentümer, das ist eine Firma des Freistaats, heißt Sächsische Immobilien- und Baumanagement, hat es erstmal präventiv abgeholzt, wahrscheinlich damit so der Gedanke, dass hier ein A-Park-Erweiterung kommen muss, vielleicht etwas weniger Platz greift. Ihr seht da unten vielleicht diesen Zaun. Das ist diese Grenze und dahinter ist der sogenannte alte Russensportplatz, der seit einigen Jahren schon zum Alounpark dazugeschlagen worden ist. Aber, und das ist das Entscheidende, wir haben in der Neustadt im Ortsbeirat immer beschlossen, dass der gesamte Alounpark, die gesamte Fläche hier, die man hier noch sieht, eingezäunt, dass die zum Alounpark gehören soll. Und genau darum geht es jetzt. Seitdem ich 2009 in Ortsbeirat gekommen bin damals und auch 2014 in Stadtrat, hat Johannes Lichty und ich immer dafür gekämpft, dass der Alounpark erweitert wird. Ein bisschen haben wir geschafft, aber es fehlt hier noch der entscheidende Teil runter bis zur Königsbrücker Straße, damit man vom Hechtviertel gemütlich durch Bäume mit einem schönen Waldweg in den Alounpark gehen kann. Und nicht zu vergessen auch ein schöner Radweg. Also das war mal, sage ich mal, unsere Fantasievorstellung. Da sind da schon ein paar schöne Bäume, da kann man so einen geschwungenen schönen Wanderweg, Radweg machen, Laufweg, alles schön grün. Das ist sozusagen die Idealvorstellung. So, wir haben es dann geschafft im Bauausschuss 2015, dass der Bauausschuss beschließt, ja, das wird wirklich Alounpark. Und das hat natürlich der SIB, also dieser sächsischen Baufirma, überhaupt nicht gefallen. Die hat nämlich dann intern, wie wir später herausgefunden haben, hat die nämlich dann bei der Stadtverwaltung interveniert und gesagt, das könnt ihr nicht machen, das wollen wir alles bebauen, das ist viel Geld wert und so weiter und so weiter. Aber die Stadt konnte aufgrund dieses Beschlusses des Bauausschusses da nicht drüber hinweg. Das heißt, wir haben es erreicht, dass in dem gültigen Flächennutzungsplan, und der ist baurechtlich verbindlich, das geltende Recht, dieses Stück als Alounpark ausgewiesen ist. So, und jetzt wollen wir da euch mal erklären, was da vor vier Wochen passiert ist, weil da bin ich fast tot umgefallen, aber da gehen wir noch mal ein Stück. So, ich fasse mal zusammen, also der Ortsbeirat hat beschlossen, dass der A-Park erweitert wird, der Stadtbezirksbeirat, der Bauausschuss und der Stadtrat hat im Flächennutzungsplan gesagt, das Ganze wird hier A-Park. Aber was passiert dann? Ja, Gestaltungskommission, das ist also so ein Gremium, was der Stadtrat eingerichtet hat, wo also hochmögende Professoren, die was von Stadtgestaltung verstehen, die Stadt beraten sollen. Und da kommen dann immer Investoren und stellen dann ihre Projekte vor, und die sollen dann diskutiert werden. Und so war es dann Ende April in der Gestaltungskommission. Da ist uns auf einmal dann eine Planung vorgelegt worden von der SIB, die eben vorgesehen hat, das seht ihr vielleicht dort vorne an diesem Gebäude, das ist ein altes Kasernengebäude, das soll abgerissen werden. Das bezeichnet aber ungefähr die Baulinie, wo praktisch dann ab dort praktisch alles zugebaut wird. Und jetzt kommt es bis ran an hier diesen Hang, fast bis ran an die Tannenstraße. So, das bedeutet auf Deutsch, der Alaunpark-Erweiterung wird es nicht geben bis zur Königsbrücker Straße. So, das heißt, die legen uns also eine Planung vor, die dezidiert gegen die Beschlusslage des Stadtrats verstößt. Und ich finde sowas kackfrech, also ich finde sowas unglaublich. Also wir kämpfen hier seit über 20 Jahren für diese Alaunpark-Erweiterung, und da kommt dann der Freistaat und legt uns einfach eine Planung vor, die was völlig anderes aussagt. Und tut so, als ob das völlig normal wäre. Und genau, lieber Martin, genau deswegen machen wir nämlich jetzt dieses Video, damit ihr nämlich dort Widerstand leistet, und dass ihr sagt, so bitte nicht mit uns. Die gesamte Fläche muss bis runter zur Königsbrücker Straße Ahrpark werden. Aber natürlich kann auch der Freistaat nicht bauen, wie er will. Ja, der Freistaat braucht hierfür auch einen Bebauungsplan. Und der Bebauungsplan muss von der Dresdner Verwaltung erarbeitet werden und vom Dresdner Stadtrat beschlossen werden. Und wenn ich Oberbürgermeister bin, dann können die das vergessen. Das Erste, was ich machen werde, ist, ich rufe da beim Freistaat an und sage, das könnt ihr vergessen. Und dann wird verhandelt, dass wir diese Fläche in kommunale Eigentümerschaft kriegen und dass wir endlich hier den Alaunpark erweitern. Ja, vielleicht habt ihr mitbekommen, dass ich früher mal in der Grünen-Stadtratsfraktion war. Und da hatte ich mit dem damaligen Baudezernenten, Baubürgermeister Rausch mit Lamonten. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an ihn. Der ist dann 2020 gegangen, Klammer auf, kann man jetzt ja sagen. Er hat es in Dresden nicht mehr ausgehalten, was ich ein ganzes Stück weit auch verstehe. Jedenfalls hatte ich mit dem eine gute Zusammenarbeit. Und er hat mir die letzten Verhandlungsstände damals von ihm, die er selber geführt hat, mit der SIB gezeigt. Und deswegen weiß ich einfach auch ein bisschen mehr, sage ich mal, als die Öffentlichkeit weiß. So, das möchte ich euch mal jetzt erzählen. Und der letzte Verhandlungsstand über die Aufteilung dieser Fläche, die Raul Schmidt-Lamonten mit der SIB erreicht hat, die waren ganz andere als das, was uns dort jetzt vor vier Wochen in der Gestaltungskommission präsentiert worden ist. Da haben die nämlich tatsächlich um einen Kompromiss gerungen. Da war dann Raul so weit und hat gesagt, naja gut, also hier könnt ihr vielleicht irgendwas bebauen, aber wir kriegen dann dafür die Fläche dann runter bis zur Königsbrücker Straße. Also Raul Schmidt-Lamonten hat sich als Baubürgermeister wirklich um einen Kompromiss bemüht. Er ist dann leider weggegangen, ja, und dann kam Stefan Kühn als Neuer und dann ist offensichtlich nichts mehr passiert. Und dann, zwei Jahre später, präsentieren sie dann diese Vollscheiße, muss ich schon mal sagen. Also ich sage es nochmal, dort wo der Zaun dort ist, wird dann rangebaut bis praktisch dort, wo wir hinstehen, und bis vor zur Königsbrücker Straße. Also es ist unglaublich. Und das finde ich auch so spannend, ja. Also wir als Bürger bemühen uns irgendwie, was Gutes zu beschließen. Wir beschließen das auch. Dann passiert erstmal jahrelang nichts. Und dann passiert hintenrum dann das genaue Gegenteil. Und man versucht es dann an uns als gewählten Vertreterinnen und Vertreter einfach vorbeizuschleusen und dann ganz erstaunt zu sagen, ach, das wolltet ihr nicht? Ja, also man vergisst es dann und hofft einfach, dass die Leute sich nicht mehr daran erinnern. Deswegen nochmal mein Appell. Leute, passt auf, was mit diesem Grundstück passiert. Das ist die einzige Möglichkeit, um den Alarmpark nochmal ernsthaft zu erweitern. Und es ist von entscheidender Bedeutung, wer Oberbürgermeister wird. Wenn nämlich Hilbert oder ein anderer Rechter das wird, dann wird das hier wahrscheinlich geopfert werden. So klar muss man das sagen. Deswegen, das, was Martin gesagt hat, ist genau richtig. Wir brauchen einen Oberbürgermeister, der verhindert, dass hier dieses schöne Stück bebaut wird. Danke. Und immer dran denken, 12. Juni geht wählen.